Aber ich hatte ja mal vor, Abitur zu machen etc. Und das einfach so aufzugeben für dieses eine Ziel, das war natürlich gewissermaßen auch riskant. Ron-Robert Zieler ist 16, als seine Karriere richtig Fahrt aufzunehmen scheint. Er muss eine Entscheidung treffen, die sein Leben für immer verändern wird. Heute in Erzählmal. Ich habe damals in der Jugend beim 1. FC Köln gespielt, habe alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen und bin zum damaligen Zeitpunkt über einen gewissen Zeitraum von Scouts von Manchester United beobachtet worden. Und irgendwann kam der Anruf über meinen Vater und die Frage wurde gestellt, ob ich mir grundsätzlich vorstellen könnte, mir mal das Trainingsgelände bei Manchester United anzuschauen und dass sie von mir quasi begeistert wären und dass sie mich ganz gern mal nach Manchester einladen würden. Ja, dann haben wir euch natürlich das erstmal sacken lassen. So einen Handruf bekommt man natürlich nicht alle Tage, gerade in dem Alter. Dann haben wir das quasi organisiert. Wie macht man das? Natürlich wollten wir das noch nicht an die große Glocke hängen, haben dann Flüge organisiert. Mein Vater war dabei und der damalige Scout Peter Bront. Wir sind dann in Manchester angekommen, sind abgeholt worden, sind dann zum Trainingsgelände. Ich glaube zum damaligen Zeitpunkt war Länderspielpause und ein paar Spieler waren halt da im Training involviert. Unter anderem komischerweise Rüd van Nistelrooy. Und ich habe das dann so beobachtet und das war natürlich mit 15, 16 total beeindruckend, solche Weltstars dann zu erleben. Nach dem Training, ich stand dann an der Bande, Training war vorbei und auf einmal sagt einer, ey, und schießt mir so einen Ball über die Bande. Ich gucke, fange den Ball, gucke, wer hat geschossen? Rüd van Nistelrooy. Dann kam Rüd van Nistelrooy zu mir, hat sich kurz vorgestellt, hat gesagt, weil er hat Deutsch gesprochen, Holländer, konnte ein bisschen Deutsch, hat gesagt, Mensch, ich habe gehört, bis hier muss ich das mal anschauen. Und ja, schön dich kennenzulernen und ich war natürlich total perplex. So, und ja, das war schon ein tolles Erlebnis. Die Verantwortlichen von Manchester waren auch überzeugt und haben mir dann auch zeitnah mitgeteilt, dass sie mich ganz gerne verpflichten wollen und ob ich mir das vorstellen kann. Der 16-jährige Ron-Ruber-Zieler denkt sich in dem Moment natürlich nicht viel. Der ist begeistert von der Anfrage, zu so einem Weltverein gehen zu können. Für mich war das tatsächlich relativ schnell klar, ich möchte das machen. So eine Chance bekomme ich vielleicht nur einmal im Leben. Das waren eher quasi so meine Eltern, insbesondere meine Mutter, die natürlich ihre Bedenken geäußert hat. Ich bin noch so jung und Elternhaus verlassen ist auch nicht so einfach. Und ob ich nicht erstmal meinen, also Schulabschluss machen möchte, ist klar. Aber ich hatte ja mal vor, Abitur zu machen, etc. Und das einfach so aufzugeben für dieses eine Ziel, das war natürlich gewissermaßen auch riskant. Aber ich habe mich nicht beirren lassen. Und ich war dann auch im Büro bei Sir X Ferguson, der mir das quasi persönlich mitgeteilt hat. Und dass sie mich verpflichten wollen. Und mal abgesehen davon, dass ich nichts verstanden habe, aber war mir schon klar, dass es mir jetzt eigentlich schwer fällt, als 16-Jähriger oder 15-Jähriger dem Sir X Ferguson da abzusagen. Und ich war Feuer und Flamme, habe gesagt, ich mache das. Und habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, was das alles noch mit sich bringt. Das ist nicht so einfach, die Familie zu verlassen, die Freunde, das gewohnte Umfeld, alles, was dazu gehört. Und ich war ja eigentlich gut eingebettet beim 1. FC Köln. Also ich habe mich ja da auch wohl gefühlt. Aber das alles zu verlassen für ein großes Ziel, das war nicht so einfach. Aber wie gesagt, ich wollte das unbedingt machen. Das zweite Mal, dass ich dann nach Manchester geflogen bin, war dann halt, um mir mal zwei, drei Gastfamilien anzuschauen, die für mich in Frage gekommen würden. Für mich persönlich im Nachgang auch sehr, sehr wichtig, dass ich in eine Gastfamilie gekommen bin, weil ich dann auch direkt das Gefühl hatte, ich bin eingebettet in ein normales Leben. Also die ersten Wochen waren phänomenal. Ich habe alles neu kennengelernt, das Trainingsgelände, die Mannschaft. Alle waren super nett und hilfsbereit, haben mir das Leben natürlich versucht, alles so einfach wie möglich zu machen, dass ich mich auf meinen Fußball konzentrieren kann. Wir haben direkt Turniere gespielt. Ich meine mich zu erinnern, dass wir in Belfast ein Turnier hatten. Da waren wir zwei Wochen mit der Mannschaft. Das ging alles so rasend schnell. Und tatsächlich so gegen Herbst, Winter, wenn es schneller dunkel wird, die Wolken sind ein bisschen tiefer. Manchester ist ja auch bekannt für Regen. Und wenn es draußen ein bisschen düsterer wird, dann habe ich so zum ersten Mal tatsächlich ein bisschen Heimweh bekommen und hatte dann mal so ein, zwei Monate auch ein bisschen dran zu knabbern. Und man hat natürlich dann telefoniert mit zu Hause, mit den Eltern, Schwester, was weiß ich. Und die Zeit ist dann auch irgendwann auch vorübergegangen. Und ich glaube, es hat mir schon gut getan, nicht einfach im Internat zu leben und so vor sich rumzudaddeln. Und man weiß ja, was da noch passiert manchmal. Dann hockt man an der Playstation, die Jungs sind untereinander. So war es so, dass ich auch gewisse Verpflichtungen hatte. Ich musste schon auch natürlich gucken, dass irgendwie alles da sauber bleibt, mein Zimmer aufgeräumt ist. Ich musste mich in ein Familienleben integrieren. Ich war halt nicht der wichtigste Faktor da, sondern ich musste mich integrieren. Ich war Teil der Familie. Ich musste mich auch in gewisse Regeln erhalten. Und ich glaube, das hat mir ganz gut getan. Ich bin viel, viel schneller selbstständig geworden, als wenn ich in Deutschland geblieben wäre, im eigenen Elternhaus. So musste ich schon so ein bisschen mich auch frei ertreten, frei schaufeln. Das hat schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert in meinem Leben, weil ich auch einfach dann vorbereitet war auf die Aufgaben, die danach kamen. Und danach bin ich ja, nach den vier, fünf Jahren, die ich in Manchester war, zu Hannover 96 gekommen. Und dann wissen wir ja alle, wie die Geschichte war, dass ich dann halt nach einem halben Jahr auch hier schon Stammteuter geworden bin. Ich glaube, das hat mir schon geholfen, diese Erfahrung bei einem Weltverein wie Manchester United zu machen und dann einfach top vorbereitet gewesen zu sein auf das Profileben danach. Und das habe ich eben auch meiner Zeit in Manchester zu verdanken, meiner Gastfamilie, dem Verein Manchester United, der dann doch für die Verhältnisse, dass es ein Weltverein ist, relativ bodenständig war damals und gut mit uns jungen Spielen auch umgegangen ist. Am meisten zu Hause oder heimisch fühle ich mich tatsächlich in Hannover, weil ich jetzt die längste Zeit meiner Karriere in Hannover verbracht habe. Ich habe hier einen unheimlich großen Freundeskreis, auch kenne viele Leute, fühle mich hier sehr wohl. Also fühle ich mich hier schon auch sehr, sehr heimisch. Es war natürlich auch irgendwo der Gedanke da, vielleicht nochmal nach Köln zurückzukehren. Damit habe ich mich natürlich auch beschäftigt. Aber tatsächlich bin ich jetzt schon so lange aus Köln weg. Mit 16 habe ich Köln verlassen. Ich liebe diese Stadt, keine Frage. Aber es ist nicht so, dass ich da nochmal unbedingt zurück muss. Und die Lebenslage hat sich einfach dahingehend so verändert, dass ich mich einfach in Hannover so pudelwohl fühle. Und ja, habe das Gefühl, dass ich erstmal hierher gehöre und wir wollen auch hier dauerhaft erstmal leben.